gerne starten. Die anderen Teilnehmenden kommen sicher noch dazu. So, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem letzten ByteM Knowledge Break im Jahr 2024 zum Thema Bildrechte für Open Data. Einfach erklärt. Und zwar möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Ramin Meuterbeier und ich bin im Partnermanagement der ByteM tätig und gemeinsam mit meiner Kollegin Stefanie Schuster und Rechtsanwalt und leidenschaftlicher Musiker Fabian Brack. Möchten wir euch heute das Thema Open Data und Bildrechte näher bringen und würde gerne schon kurz an Steffi übergeben. Genau. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Stefanie Schuster. Ich arbeite im Bereich Digitalisierung bei der ByteM. Ja, bin Open Data Fan, wie man lesen kann. Und ja, stehe nach dem Knowledge Break auch gerne dann für Fragen rund um Open Data zur Verfügung. Ganz kurz zum Bereich Digitalisierung. Wir kümmern uns da um den Ausbau und den Betrieb der Bayern Cloud Tourismus, also eine zentrale Dateninfrastruktur für alle touristisch relevanten Daten aus ganz Bayern. Und ja, die meisten von Ihnen kennen die Bayern Cloud auch wahrscheinlich, weil die Bayern Cloud ein Gemeinschaftsprojekt von allen touristischen Akteuren im Prinzip ist. Über Schnittstellen binden wir nämlich die einzelnen Systeme der Destinationen vor Ort an. Deswegen, ja, trägt jede Destination dazu bei, dass die Bayern Cloud flächendeckend mit qualitativ hochwertigen Daten befüllt ist. Und für einen qualitativ hochwertigen Datensatz, da gehört eben auch ein Bild dabei. Und zwar im besten Falle ein Open Data Bild, weil wir nur mit Open Data eine freie Nutzung und Verbreitung von diesen gesammelten Daten herstellen können. Und ja, wir haben derzeit noch zu viele Bilder in der Bayern Cloud, die keine Open Data Lizenz haben. Wir können somit die Bilder auch nicht für Dritte über unsere Schnittstellen zur Verfügung stellen. Die Nutzungsrechte sind nämlich zum Teil einfach nicht ausreichend oder auch gar nicht bekannt. Und deswegen heute auch der Knowledge Break, dass unser Wissen einmal wieder aufgefrischt wird rund um das Thema Bildrechte für Open Data. Deswegen haben wir uns den Experten eingeladen. Fabian, damit würde ich auch schon an dich übergeben. Und ja, wir sind gespannt auf deine Einblicke. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Stefanie. Vielen Dank, Ramin, für die Einführung und die freundliche Vorstellung. Und ich darf heute über das Thema Bildrechte und Open Data sprechen. Mein Name ist Fabian Rack. Ich bin Rechtsanwalt bei iRights Law und befasse mich mit dem Urheberrecht und Datenschutzrecht. Und heute geht es um Urheberrechte beziehungsweise Bildrechte und Open Data Bilder. Das Schöne ist, wir arbeiten ja schon eine Weile jetzt zusammen, also Bayern Tourismus und und unsere Kanzlei beziehungsweise ich. Und wir haben sozusagen begleitend zu diesem Vortrag heute jetzt auch zu diesem Knowledge Break eine super Hilfestellung, die Sie nämlich als Checkliste verwenden können. Da weisen wir gleich auch nochmal drauf hin und können mit Sicherheit dann auch die Links bereitstellen. Eine Checkliste nämlich dazu, zu all diesen Fragen, die wir auch heute behandeln, Bildrechte und Open Data. Was muss man beachten, wenn Personen auf Bildern abgebildet sind, wenn Kunstwerke in Fotos zu sehen sind? Was hat es damit auf sich? Was muss man klären, damit man diese Bilder dann veröffentlichen darf? Ganz schön ist auch noch, dass gestern ein ganz aktuelles Urteil vom Bundesgerichtshof gekommen ist, das sich mit Drohnenfotografien befasst hat. Da gehe ich dann gleich auch noch drauf ein. Es macht nämlich einen Unterschied, ob sie Kunst im öffentlichen Raum über eine Drohne fotografieren oder ob sie einfach auf der Straße stehen und dann irgendwie ein kunstvoll gestaltetes Graffiti oder sowas fotografieren. Darauf kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Ist aber auch schon jetzt der Hinweis, dass diese Dinge auch durchaus im Fluss sind. Immer mal wieder kommt irgendwie ein Grundsatzurteil oder neues Gesetz, dass die Möglichkeiten, mit Fotos umzugehen, in die eine oder andere Richtung schiebt oder schärft. Das heißt, es ist also gut, solche Veranstaltungen wie heute abzuhalten, dass man sich auch auf dem Laufenden halten kann. Wir gehen aber erstmal auf den Begriff Openness ein. Was ist eigentlich Open? Was ist eigentlich Open Data? Nun ja, Open steckt da schon ein bisschen auch in diesem Begriff drin. Offenheit. Open, offen heißt, die Inhalte, die Open sind, können weitgehend frei genutzt und verändert werden. Weitgehend ist ja schon mal so eine kleine Einschränkung. Was hat es damit auf sich? Wir werden heute die Creative Commons Lizenzen kennenlernen, die, oder die kennen Sie vielleicht ja auch schon, das Instrument, mit dem sich also Inhalte oder Fotos im heutigen Fall frei nachnutzbar machen lassen können. Weitgehend frei heißt, dass es eben doch gewisse Bedingungen gibt. Die Grundbedingung ist, dass man die Fotografin den Fotografen benennt. Darauf kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Frei heißt aber eben dann nicht komplett frei, sondern weitgehend frei mit gewissen Bedingungen, die man beachten muss. Es ist, wenn man so will, wer sich mit dem Urheberrecht auskennt, weiß, man kann sein Urheberrecht nicht aufgeben. Also wenn ich eine Fotografie anfertige, kann ich nicht einfach sagen, okay, ich will kein Urheberrecht. Das Urheberrecht ist so stark auch persönlichkeitsrechtlich verankert, dass man, dass der Gesetzgeber sagt, schon seit weit über 100 Jahren, man kann Urheberrechte auch nicht aufgeben. Also die hat man, man hat eine Fotografie, eine kunstvolle Fotografie geschaffen, beispielsweise oder einen Text geschrieben oder ein Musikstück komponiert oder sowas. Dann hat man da ein Urheberrecht und auch das Recht, als Urheber benannt zu werden. Und das Urheberrecht sagt im Wesentlichen, dass man sein Werk, ja, dass man sein Werk zum Verwertbaren gut machen kann, indem man sagt, ich räume jemandem Lizenzen ein gegen eine Vergütung. Also ich lasse mir bezahlen, dass jemand meinen Kinofilm beispielsweise verwerten kann oder meine Fotografie, meine Illustrationen nutzen kann. Das erlaube ich jemandem und bekomme eben eine Vergütung dafür. Daher kommt auch der Satz, alle Rechte vorbehalten. Das bedeutet also, jede Nutzung darf ich als, über jede Nutzung darf ich als Urheberin oder Urheber erst mal selbst entscheiden und sagen, wem ich ein Nutzungsrecht einräume und auch zu welchen Bedingungen. Und Openness bedeutet jetzt nun sozusagen der umgekehrte Fall oder dass man, dass man, ja, ein Opt-out aus dem Urheberrecht erklärt und sagt, okay, ich habe zwar weiterhin mein Urheberrecht an der Fotografie zum Beispiel, ich möchte aber gerade, dass alle diese Fotografie, also dass wirklich auch die Allgemeinheit dieser Fotografie frei nutzen kann. Das ist dann die Openness. Open Data, Open Content, Open Access, Open Source ist alles, ja, diese Begriffe sind alle so in dieser Openness-Welt immer wieder mehr mehr oder weniger synonym vorzufinden. Sie haben, sie kommen alle aus unterschiedlichen Richtungen. Also man müsste wahrscheinlich bei Open Source, was jetzt hier gar nicht genannt ist, aber bei Open Source anfangen. Der Idee nämlich, dass vor einigen Jahrzehnten schon, dass man gesagt hat, okay, man will Software-Code frei zur Verfügung stellen. Auch Software-Code ist urheberrechtlich geschützt. Vielleicht möchte man aber gerade, dass Software-Code frei bearbeitet werden kann und eben nachgenutzt werden kann. Stichwort frei und offene Software. Daraus ist dann später die Open-Content-Bewegung, kann man vielleicht sogar sagen, entstanden. Die Idee nämlich, dass man auch andere Werkarten, Fotografien, Texte und Bilder offen, frei verfügbar macht. Open Data ist für uns zumindest jetzt so ein bisschen synonym zu sehen. Open Data oder Open Content, also freie und offene Fotos. Data spielt dann natürlich noch an auf alle Arten von Daten. Man kann zum Beispiel auch an Forschungsdaten denken. Aber dieses Open, diese Openness besagt in allen Fällen, okay, Material, das Open ist, darf frei nachgenutzt werden. Weitgehend frei, eben zu gewissen Bedingungen. Wir werden sie gleich auch noch mal kennenlernen. Warum Open? Also warum macht man seine Materialien überhaupt frei zugänglich oder frei nutzbar durch die Allgemeinheit? Na ja, man kann sagen, ich möchte, wenn ich eine Fotografie angefertigt habe zum Beispiel, die Sichtbarkeit und Reichweite maximieren. Und das kann ich erreichen, indem ich die Materialien frei nutzbar mache und sage, okay, alle dürfen diese Fotografie verwenden. Die Aussage davon ist, was heißt eigentlich frei nutzbar? Na ja, das bedeutet in dem Fall jetzt CC BY. Ich komme gleich noch mal darauf zurück, was das dann ist. Das ist dann das Instrument, mit dem man Inhalte frei nutzbar macht und das auch so zu erkennen gibt mit dieser Bezeichnung. Die Inhalte dürfen dann frei verbreitet werden, also von allen, von der Allgemeinheit, geremixed werden, also irgendwie bearbeitet werden, mit anderen Inhalten zusammen gemischt werden, adaptiert werden, verändert werden. Man darf darauf aufbauen. Die Materialien dürfen sogar kommerziell auch verwendet werden. Im Falle von CC BY, also von Creative Commons Lizenz BY, wie gesagt, ich komme gleich noch mal darauf zurück, solange, das ist eben diese weitgehende Freiheit, solange man als Urheberin oder Urheber auch benannt wird. Ein weiterer Grund, um das zu tun, kann sein, dass der Maximalschutz von Urheberrechten keinen Sinn macht. Was bedeutet das? Also es gibt ja auch Inhalte, die unter den Schutz des Urheberrechts fallen, bei denen man aber gerade möchte, bei denen man das gar nicht möchte, dass man, dass die Allgemeinheit sie nicht nutzen kann. Wenn man beispielsweise als Institution welcher Art auch immer oder auch im Tourismusbereich natürlich denkbar Broschüren anfertigt und gerade möchte, dass diese Broschüren sich frei verbreiten, dann kann man das sicherstellen, dass das auch möglich ist, indem man diese Broschüren unter eine Creative Commons Lizenz stellt, damit die auch digital frei verbreitet werden können. Altruistische Motive kann es natürlich auch geben. Man möchte einfach irgendwas zum Gemeingut sozusagen beitragen und sagen, ich möchte meine Fotos oder Inhalte einfach so frei zur Verfügung stellen, möchte beispielsweise bei der Wikipedia als kollaboratives Projekt teilnehmen, dort Inhalte einpflegen, einfach weil ich das gut finde, kann natürlich auch ein Motiv sein. Es kann auch sozusagen extrinsische Motive geben, Fördervorgaben, vor allem im Bereich der Forschung relevant. Da ist in der einen oder anderen Förderrichtlinie oder Fördervorgabe tatsächlich auch vorgegeben, dass man Inhalte unter eine freie Lizenz stellt, gerade wenn man überlegt, okay, Inhalte, manche Inhalte sind durch öffentliche Gelder entstanden oder mithilfe von öffentlichen Geldern, also Steuergeldern und dann kann man sagen, diese Inhalte sollen dann auch frei nutzbar sein. Jetzt, wie geht Open Data oder wie geht diese Offenheit, wie funktioniert die, welches Instrument braucht man dazu? Ich habe es schon angesprochen, es gibt die Creative Commons Lizenzen. Hier in der Mitte dieses CC-Logo, so erkennt man das häufig. Also hier in der Mitte zu sehen, CC, Creative Commons, bedeutet manche Rechte vorbehalten. Diese weitgehende Freiheit, von der ich gerade gesprochen habe, man darf es nutzen in jedem Medium, man darf digital weiterverbreiten, bearbeiten, aber unter der Grundbedingung, dass man den Urheber, die Urheberin nennt und auch den Lizenzhinweis anbringt. Wenn nichts an den Inhalten steht oder wenn keine CC-Lizenz an den Inhalten angebracht ist, dann gilt das, was links steht, nämlich alle Rechte vorbehalten, häufig auch durch dieses Copyright-Symbol kenntlich gemacht. Und es gibt aber auch noch etwas Drittes, hier rechts zu sehen. Nach Ampelfarben ist es dann hier grün, weil das bedeutet, man darf die Inhalte so oder so ganz frei benutzen. Public Domain steht hier oben, das heißt, wenn Inhalte schon gar nicht urheberrechtlich geschützt sind, entweder weil sie nie urheberrechtlich geschützt waren oder weil die Urheberrechte erloschen sind. Also bei alten Kunstwerken beispielsweise, kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, oder Texten von Goethe oder sowas, ja, die sind gemeinfrei, sagt man, also die fallen nicht unter das Urheberrecht, die können frei genutzt werden. Man kann aber diese keine Rechte vorbehalten, also diesen Effekt von keine Urheberrechte selber auch erzeugen. Auch dafür gibt es ein Instrument CC0, heißt das dann. Wir werden sie uns gleich nochmal im Überblick anschauen. Das bedeutet dann auch, ich erkläre, dass die Allgemeinheit den Text, das Foto, was auch immer, frei nutzen kann und noch nicht mal die Namensnennung muss dann erfolgen. Also das ist dann wirklich komplette Nutzungsfreiheit ohne jegliche Bedingungen. Jetzt diese CC-Lizenzen, Creative Commons, also kurz CC. Wie funktionieren die, wenn man so unter den Maschinen oder unter die Haube guckt, in den Maschinenraum der CC-Lizenzen sozusagen? Dann gibt es erstmal tatsächlich einen wirklich ausformulierten Lizenzvertrag. Diesen Lizenzvertrag, das ist wirklich ein juristischer Text, Vertragstext, der über die letzten 25 Jahre auch immer wieder angepasst wurde. So lange gibt es die CC-Lizenzen schon und der tatsächlich auch ein Lizenzvertrag ist, den man auch lesen kann. Und das ist ein Standard-Lizenzvertrag. Das heißt, alle können ihn nutzen, als Instrument einsetzen, um im Fall von heute Fotos frei nutzbar zu machen. Dann gibt es den sogenannten Deed. Das sind diese Piktogramme, hier in der Mitte zu sehen. Menschenlesbar, kann man dann hier sagen. Also das eine ist juristenlesbar, das andere ist menschenlesbar. Das bedeutet also, dass man die Aussage von den Creative Commons Lizenzbedingungen versteht anhand der Piktogramme. Ich zeige sie gleich im Überblick. Es gibt nämlich nicht nur die Bedingungen, dass man sagt, ich möchte, dass mein Name genannt wird. Man darf zwar frei benutzen, aber ich möchte, dass dein Name genannt wird. Sondern es gibt auch die Bedingungen, dass nur die nicht kommerzielle Nutzung erfolgen. Dafür gucken Sie uns gleich nochmal im Überblick an. Und dann gibt es die Code-Ebene. Das hat einen schönen Effekt. Das erstmal bedeutet, dass man CC-Lizenzen maschinenlesbar einbetten kann oder verwenden kann über einen einfachen, ich glaube, es ist einfach ein HTML-Code. Und das heißt dann, dass Suchmaschinen erkennen können, dass etwas CC-lizenziert ist. Das gucken wir uns auch gleich an, wenn Sie beispielsweise bei der Google-Bildersuche einstellen. Ich möchte, dass die Fotos CC-lizenziert sind und dafür für mich also frei nutzbar sind. Dann kann ich das einstellen und dieser Code, den man bei der CC-Lizenzierung verwenden kann, der sorgt eben auch dafür, dass eine Google-Bildersuche beispielsweise erkennen kann, dass Inhalte CC-lizenziert sind. So, das sieht jetzt erstmal ein bisschen kompliziert aus. Es ist eigentlich weniger kompliziert, als es jetzt aussieht, aber das ist das Spektrum an unterschiedlichen CC-Lizenzen, die es gibt. Man sieht hier unten erstmal keine CC-Lizenz, also All Rights Reserved, alle Rechte vorbehalten. Das bedeutet, ich erkläre gar nichts, sondern gilt das, was im Urheberrechtsgesetz steht, nämlich, dass ich für jede Nutzung gefragt werden muss. Und ganz oben ist dann das, was hier im grünen Bereich als Most Open bezeichnet wird. Das heißt, dass Inhalte ganz komplett frei genutzt werden können. CC-Zero, also das heißt ganz ohne Bedingungen, dann CC-By. Das bedeutet unter der Bedingung der Namensnennung. Und dann kommen alle Abstufungen von, ja, zwischen Maximalschutz des Urheberrechts und komplett freie Nutzbarkeit, die dieses Instrumentarium so bereithält. Und die gucken wir uns jetzt ganz kurz mal im Überblick an. Und dann gehen wir jetzt auf Fotos ein, was man braucht, um Fotos CC zu lizenzieren. Also CC-By habe ich schon angesprochen. Das bedeutet eben, die Fotos dürfen frei verwendet werden oder die Inhalte unter der Bedingung der Namensnennung und des Lizenzhinweises. Das heißt, man muss, wenn man ein Foto sieht, das dieses Logo hier hat, CC-By, dann muss man, wenn man dieses Foto selbst verwenden möchte, also jemand anderes hat dieses Foto so bereitgestellt, ich möchte es verwenden, dann muss ich dieses Logo mit übernehmen, also diesen Lizenzhinweis und die Namensnennung. Wenn beispielsweise jetzt hier steht, Foto von, ja, Foto von Stefanie Schuster, Bayern Tourismus beispielsweise, also Steffi, du hast ein Bild geschossen und stellst das frei zur Verfügung, dann muss man diesen Lizenzhinweis übernehmen bei der Nutzung. Wenn man beispielsweise in einem eigenen Blog auf einer Webseite dieses Foto übernehmen möchte, das geht ja dann erstmal, aber unter der Bedingung, dass ich den Lizenzhinweis übernehme. Dann gibt es CC-By-SA. Das heißt, dass die Namensnennung erfolgen muss, wie gerade eben auch schon. Nur dann, wenn ich das Foto bearbeite, muss ich auch dieses Foto dann frei zur Verfügung stellen. So eine Art Copy Left, wer sich mit der Open-Source-Welt auskennt, heißt, ich darf eben nicht, wenn ich dieses Foto von Steffi beispielsweise nehme und sie hat es unter CC-By-SA gestellt und ich bearbeite dieses Foto, ich koloriere das, war beispielsweise eine Schwarz-Weiß-Fotografie und ich gehe hin und koloriere das, dann darf ich das erstmal, muss aber dann diese kolorierte Version auch unter eine freie Lizenz stellen. Dann gibt es CC-By-ND, das heißt, ich darf keine Bearbeitung anfertigen. Ich habe beispielsweise einen Text, den ich nutze und den darf ich dann aber nicht übersetzen. Ich darf ihn aber verwenden oder eine Fotografie, die darf ich zwar verwenden, aber ich darf sie nicht bearbeiten, also die Kolorierung dürfte ich dann beispielsweise nicht machen. Dann gibt es CC-By-NC, das heißt, ich darf nur nicht kommerziell nutzen. Und dann gibt es Kombinationen aus den gerade eben schon genannten Lizenzmodulen, das ist so ein modulares System. CC-By-NC-SA heißt, ich darf nur nicht kommerziell nutzen und muss jede Bearbeitung frei zur Verfügung stellen. Und CC-By-NC-ND heißt, ich darf nur nicht kommerziell nutzen und ich darf nicht bearbeiten. Und dann gibt es eben noch CC-Zero, das heißt, keine Bedingungen. So, zu diesen ganzen, jetzt sind Sie vielleicht ein bisschen verwirrt, zu diesen ganzen unterschiedlichen Lizenzbedingungen machen wir heute nicht die Veranstaltung. Sie müssen es aber einmal, finde ich, gehört haben, dass es diese Lizenzbedingungen gibt. Da kann man lange und breit drüber reden und es ist auch durchaus hier und da ein bisschen komplizierter. Wir schauen uns, also wir arbeiten jetzt heute einfach nur mit diesen drei Bedingungen, die auch die weitestgehende Openness sind. CC-By, CC-By-SA und CC-Zero. Das heißt wirklich, man darf Fotos in dem Fall wirklich weitgehend frei verwenden. Was muss ich tun, um Open Data Fotos bereitzustellen? Also was sind eigentlich die Voraussetzungen für diese freie Lizenzierung? Und da gibt es unterschiedliche Punkte, die ich beachten muss. Ich brauche erst mal, wenn ich jetzt selbst ein Foto gemacht habe und dieses Foto frei unter eine CC-Lizenz stellen möchte, brauche ich alle Nutzungsrechte an diesem Foto. Was heißt das? Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Bildagentur als Fotografin, Fotograf, Fotografin soll es hier eigentlich heißen und Fotograf, darf ich nicht bereits Exklusivrechte an jemand anderen, an den Verlag, an irgendeine Bildagentur oder sonst irgendjemanden vergeben haben. Denn wenn ich bereits jemandem gesagt habe, du darfst exklusiv dieses Foto nutzen, darf ich nicht mehr dieses Foto unter eine freie Lizenz stellen. Also das ist eine Bedingung dafür, dass ich frei lizenzieren darf. Dann gibt es, wenn ich jemand anderen fotografieren lasse, also ich lasse Fotos durch eine Fotografin, durch einen Fotograf anfertigen, gibt es Möglichkeiten, vertraglich zu regeln, dass die Fotografin, der Fotograf dieses Foto auch unter eine CC-Lizenz stellt. Dazu stellt beide Musterverträge bereit. Vielleicht könnt ihr beiden dann später auch noch sagen, wo man diese Verträge finden kann oder wie man an diese Verträge herankommen kann, die wir auch gemeinsam erstellt haben. Also ein Vertrag, der sagt, okay, du fertest dieses Foto an, beispielsweise gegen eine Vergütung musst dann und ein Teil deiner Leistung ist, dieses Foto auch unter eine CC-Lizenz zu stellen. Ziehst sie bei beispielsweise, dann ist es weiterhin auch so, dass dein Name genannt wird, aber das Foto frei verwendet werden kann aus den vorhin schon genannten Gründen. Genau, man beauftragt jemanden mit der Anfertigung von Fotos und regelt vereinbart vertraglich vorab, dass die Fotos unter eine CC-Lizenz gestellt werden. Kleines Detail noch, ja, das wichtig sein kann, aber ich möchte es kurz erwähnen, Auftrag- oder Angestelltenverhältnis muss man unterscheiden. Wenn jetzt jemand fest angestellt ist als Fotografin, Fotograf und dort Fotos anfertigt, dann sind möglicherweise die Fotos schon automatisch auf den Arbeitgeber übergegangen oder die Fotorechte, die Nutzungsrechte bei einem Auftrag, aber eben nicht. Da muss man klarstellen, wenn es wirklich klarstellen, wenn es um eine freie Lizenzierung geht, um Open-Data-Fotos, dann muss man das vertraglich klarstellen. Sonst muss man als Fotografin oder Fotograf eben nicht damit gerechnet haben, dass die Fotos unter eine freie Lizenz gestellt werden. Das muss irgendwo an irgendeiner Stelle klargestellt werden, dass man das tut. So, wie vergibt man jetzt am Ende eine CC-Lizenz? Ich lade jetzt auf eine Plattform Fotos hoch und, ja, wenn die Plattform diese Möglichkeit bereit oder anbietet, dann wähle ich eine entsprechende Checkbox aus, wie die besagt, okay, ich stelle dieses Foto beispielsweise unter CC by. Was für Plattformen es da gibt, zeigen wir am Ende dann auch. Und jetzt gehen wir auf die einzelnen Punkte an, die man beachten muss, wenn man Fotos selbst anfertigt und unter eine CC-Lizenz stellt. Also veröffentlicht, das ist ja das Wesentliche eigentlich, worum es auch geht bei Fotos, die genutzt werden sollen, ist eine Veröffentlichung. Die Veröffentlichung ist dann rechtlich immer etwas, wo man möglicherweise Dinge klären muss. Und wir fangen mit den Urheberrechten an. Also es gibt Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte, Eigentum und Markenrechte. Mit den Urheberrechten legen wir los. Und zwar bei der Konstellation Kunst im Bild. Was heißt das? Das bedeutet, ich habe Fotos angefertigt von Kunstwerken, die andere angefertigt haben. Also wie vorhin schon erwähnt, irgendwelche Installationen, kunstvoll ausgestalteten Installationen, die ich fotografiere, die im öffentlichen Raum sich befinden zum Beispiel. Oder Fotos von einem kunstvoll gestalteten Graffiti beispielsweise. Oder irgendwo Fotos, die im öffentlichen Raum sind. Kunstvoll gestaltete oder auch Werbung meinetwegen. Also wenn man eine Hausfassade fotografiert und da ist Werbung drauf, dann kann auch da irgendwie ein urheberrechtlich geschütztes Foto drauf sein. Und tja, was ist denn damit? Also wie sieht es damit aus? Kann ich dieses Foto dann veröffentlichen und frei verwenden? Erstmal eine Abgrenzung. Alte Kunst, alte Kunst hier in Anführungszeichen mal gesetzt, weil ja, also Kunst, die einfach schon lange genug besteht, ist kein Problem, denn da sind die Urheberrechte bereits erloschen. Also alles, bei dem Künstler über 70 Jahre schon tot sind, ist gemeinfrei. Das heißt, es gibt dann keine Urheberrechte mehr. Jüngere Kunst allerdings nicht. Also Kunst, die sich, ja, was wir gleich auch sehen werden, diese Kunstinstallation, die mit der Drohne fotografiert wurde, bei der der Bundesgerichtshof jetzt jüngst eine Entscheidung getroffen hat, ob das geht oder nicht, die ist urheberrechtlich geschützt und da muss man sich Gedanken machen, darf ich dann Fotos davon frei verwenden und auch frei lizenzieren. Und da kommt jetzt die sogenannte Panoramafreiheit ins Spiel. Die Panoramafreiheit heißt, dass alle Kunst, die urheberrechtlich geschützt ist und die sich in der Öffentlichkeit beispielsweise im Straßenbild findet, dass die frei verwendet werden kann, in dem Sinne, dass man sie frei abbilden darf, dass man eine Fotografie anfertigen darf und diese Fotografie auch veröffentlichen darf. Das ist die eine Abgrenzung, die man treffen muss, Kunst in der Öffentlichkeit oder Kunst in geschlossenen Räumen. Da ist es so, und auch darüber hinaus werden wir gleich sehen, Kunst, die nicht frei zugänglich ist, da ist es so, dass eine Erlaubnis nötig ist, außer es handelt sich um ein unwesentliches Beiwerk. Okay, wir kommen jetzt bei den Beispielen drauf. Erstmal ganz frisch, Urteil, Bundesgerichtshof, Drohnenfotos von Kunstwerken verletzen das Urheberrecht. Also was ist, wenn ich sowas hier mache? Ich habe diese Kunstinstallation von, jetzt habe ich mir gerade den Namen nicht notiert, verzeihen Sie es mir, Sie können es auf jeden Fall nachlesen in den Nachrichten gerade, diese Kunstinstallation hier, die ist urheberrechtlich geschützt und die wurde jetzt mit einer Drohne fotografiert und Fotos davon verwendet. So, dann ist die Frage, ob das geht. Also erstmal Panoramafreiheit, die sind ja in der Öffentlichkeit, aber eine Voraussetzung der Panoramafreiheit, die ist, dass sich die Kunst dauerhaft an öffentlichen Plätzen befindet, auf Straßen oder Wegen zum Beispiel, aber dass man dieses Foto geschossen hat ohne Hilfsmittel. Also man muss dieses Foto so schießen, wie es für die Allgemeinheit auch öffentlich zugänglich ist und so, wie es sich dem allgemeinen Publikum in der Öffentlichkeit bietet. Und da hat jetzt eben der Bundesgerichtshof entschieden, eine Drohne zählt darunter nicht. Also das ist ein Hilfsmittel, das man verwendet, das diese Voraussetzung dann nicht mehr erfüllt. Das heißt, diese Panoramafreiheit gilt dann nicht mehr, die greift dann nicht mehr, weil jetzt ein Hilfsmittel eingesetzt wurde. Wenn Sie das von unten, also vom Boden aus fotografieren würden und das ist frei zugänglich, dann würde das unter die Panoramafreiheit fallen, aber eine Drohne fällt darunter nicht. Das ist also eine wichtige Einschränkung. Genauso beispielsweise auch, wenn sich Kunst hinter einer Mauer befindet und Sie müssen erst eine Leiter erklimmen und dann fotografieren Sie es über die Mauer hinweg. Das wäre auch ein Hilfsmittel und das würde bedeuten, dass diese Panoramafreiheit nicht mehr greift. Aber insofern ist die Abgrenzung wiederum einfach. Alles, was in der Straße, also auf dem Straßenbild und in der Öffentlichkeit sich so darstellt, darf man abfotografieren. Beispiele jetzt. Und das sind jetzt die Beispiele auch aus der Checkliste, die Sie dann bei Bayern Tourismus finden können. Und ja, das ist jetzt schon eine wunderbare Abgrenzung hier im geschlossenen Raum. Und sagen wir mal, wir haben eine Ausstellung und das ist jetzt ein Kunstwerk, ein Bild oder ein Gemälde zum Beispiel, wie hier zu sehen, dann müssten Sie sich jetzt Gedanken machen, wenn Sie dieses Foto dann verwenden, ob dieses Bild, was hier zu sehen ist, ob das urheberrechtlich geschützt ist. Das ist es auf jeden Fall, wenn die Künstlerin der Künstler dahinter nicht schon mehr als 70 Jahre tot ist, dann ist dieses Bild, dieses Gemälde urheberrechtlich geschützt und dann müssten Sie nachfragen, ob Sie dieses Foto veröffentlichen und auch frei lizenzieren können. Also diese Abbildung von diesem Gemälde, das Sie angefertigt haben. Weil geschlossener Raum und eben urheberrechtlich geschütztes Bild. Ich hatte vorhin kurz erwähnt, unwesentliches Beiwerk. Wenn Sie jetzt was ganz anderes fotografieren, beispielsweise eine Gruppe von Menschen und die Gruppe steht im Vordergrund und ganz klein im Hintergrund ist dieses Bild zu sehen, dann könnte man sagen, okay, das ist ein sogenanntes unwesentliches Beiwerk, da muss ich jetzt nicht die Bildrechte klären. Aber hier steht dieses Bild im Fokus. Das ist der Fokus dieser Fotografie. Da müssen Sie es klären, wenn diese Kunst urheberrechtlich geschützt ist. Und jetzt hier in der Öffentlichkeit als Abgrenzung, also hier diese Skulpturen sind ganz gewiss urheberrechtlich geschützt. Wie gesagt, immer die Voraussetzung, dass die Künstlerin, der Künstler nicht schon über 70 Jahre tot ist, dann sind solche Skulpturen urheberrechtlich geschützt. Und wenn die in der Öffentlichkeit so frei zugänglich sind und fotografiert werden, dann ist das zulässig. Panoramafreiheit mit der eben erklärten Abgrenzung. Drohne, Leitern und sowas wären eben Hilfsmittel, die nicht gehen. Aber so wie es sich vom Boden aus sozusagen einem darstellt, darf man auch diese abgebildeten Skulpturen auf der Fotografie verwenden und dieses Foto dann auch frei lizenzieren. So, und es gibt nochmal neue Rechtsprechungen. Ich glaube, die ist jetzt so etwa einen Monat her zu Fototapeten und Vergleichbarem. Was hat es jetzt damit auf sich? Erstmal möchte ich zeigen, wie es bei der Google-Bildersuche aussieht. Wir wollen jetzt heute nicht über Fototapeten reden, aber das ist dieser Fall, den auch der Bundesgerichtshof entschieden hat. Wie es bei der Google-Bildersuche aussieht, wenn Sie die Einstellungsmöglichkeit treffen, dass Sie Bilder hier unter Nutzungsrechte, dass Sie Bilder angezeigt bekommen haben möchten, die unter eine Creative Commons Lizenz fallen. Das sind dann eben Bilder, bei denen Sie wissen, okay, die dürfen Sie frei verwenden. Je nachdem, welche CC-Lizenzen müssen Sie dann schauen, was Sie beachten müssen, aber die dürfen Sie frei verwenden und die dürfen Sie sich runterladen und beispielsweise auf einer Webseite frei einbinden, unter der Voraussetzung mindestens, dass Sie den Namen nennen, wie vorhin gesagt, und den Lizenzhinweis anbringen. So, Fototapete. Ja, was hat es damit auf sich? Also Fototapeten sind jetzt insofern relevant. Erstmal, es gibt dieses auch recht frische Urteil und des Bundesgerichtshofs, der gesagt hat, es handelt sich hier um einen Gebrauchsgegenstand, wenn man so will. Und was war der Fall? Ein Fotograf hat sich dagegen gewendet, dass, also ein Fotograf, der diese Fototapeten angefertigt hat und erstellt hat, hat sich dagegen gewandt, dass Bilder davon im Netz kursieren, Bilder von dieser Fototapete. Und ja, da hat der Bundesgerichtshof gesagt, nein, das geht nicht. Jemand, der Fototapeten erstellt, der geht auch davon aus, dass Fotos von diesen Fototapeten, also Abbildungen von diesen Fototapeten verwendet werden. Es handelt sich hier um so eine Art Gebrauchsgegenstand, wo man wirklich ganz objektiv davon ausgehen muss, dass solche Nutzungshandlungen üblich sind, also dass man Fotos von Fototapeten in dem Fall anfertigt und frei verwendet und dass eben auch andere das machen. Und man muss als Anfertiger sozusagen von Ersteller von Fototapeten davon ausgehen, dass auch Fotos davon im Netz verwendet werden. Und ja, das ist auch, genau, das ist etwas, das können Sie auch nachlesen. Bei iWrites Info, das ist ein Magazin, dem ich auch angehöre und da sind solche Themen regelmäßig dargestellt. Eben auch das Thema mit der Fototapete. Tja, und warum bringe ich das hier? Nun ja, es lässt sich in gewisser Weise auch verallgemeinern, denn bei allem, wo Sie davon ausgehen können, dass es sich um Gegenstände handelt, vor allem auch Gebrauchsgegenstände, die, bei denen man ja als Fotografin, Fotograf davon ausgehen muss, dass Fotos davon auch verwendet werden, da ist dann auch die Fotonutzung möglich. Also hier auch aus der Checkliste, der eben angesprochenen Checkliste, wenn es sich jetzt hier um Gebrauchsgegenstand handelt oder um Kleidung beispielsweise mit aufwendigen Applikationen, die so kunstvoll sind, dass sie urheberrechtlich geschützt sind, kann man sagen, okay, es ist hier wirklich üblich, dass davon auch Abbildungen gemacht werden und dass diese Abbildungen auch frei verwendet werden können. Also das ist durchaus verallgemeinerungsfähig und tja, hier ist eben auch die Möglichkeit, wenn Sie so einen Gebrauchsgegenstand haben, beispielsweise auch Kleidung, dass Sie die dann unter einer freien Lizenz stellen, also die Fotografie davon unter einer freien Lizenz stellen können, veröffentlichen können. Sie sehen also, es gibt immer wieder, es wird immer wieder nachgeschärft, im Urheberrecht auch, es gibt immer wieder Gerichtsurteile, die dann in die eine oder andere Richtung gehen. Sie sehen, bei der Drohne hat man gesagt, okay, da schränken wir das ein bisschen ein. Da geben das die Gesetze nicht her, dass man Drohnenfotos von Kunst verwenden kann. Andererseits wiederum bei Gebrauchsgegenständen, da sagt man, okay, da ist es üblich, dass man auch Abbildungen davon teilt. Wunderbar, also dass wir heute auch gleich zwei aktuelle Gerichtsurteile besprechen können und die sind auch bereits in diese Checkliste eingelassen. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen. Okay, weg von Urheberrechten, Kunst im Bild, hin zu Persönlichkeitsrechten. Was ist, wenn Menschen abgebildet sind auf Fotos? Ja, kompliziertes Thema oder vielleicht auch nicht kompliziertes Thema. Es gibt nämlich ganz klare Kriterien. Ich möchte ein bisschen auch ihre Unsicherheit möglich, die sie möglicherweise haben, die möchte ich auch ein bisschen nehmen. Und ja, erst mal die Ansage, okay, man braucht bei der Veröffentlichung von Fotos mit Personen, braucht man irgendeine Art von Gesetzes oder von rechtlicher Grundlage. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal, man fragt die Personen, die abgebildet sind, oder es ist gesetzlich erlaubt. Das sind immer die zwei Möglichkeiten, die man hat. Also, man muss fragen oder man muss nicht fragen. So, und die Kriterien dafür, dass man nicht fragen muss, die sind folgende. Es hängt immer ab, es hängt immer ab von der jeweiligen Person, von der Situation oder von dem Geschehen. Einmal berühmte Persönlichkeiten oder zeitgeschichtliche Ereignisse. Also, dass sie jetzt ein Foto, wenn sie irgendwo, wenn, weiß nicht, Markus Söder irgendwo auftritt oder sowas am Marktplatz und sie schießen davon Fotos, dann ist klar, okay, das ist so eine, das ist eine Person, die so sehr in der Öffentlichkeit steht, dass sie dann auch ihn nicht fragen müssen, ob sie jetzt dieses Foto von ihm verwenden können oder auch frei lizenzieren können und auf Wikipedia beispielsweise stellen können, ja. Das ist gar keine Frage. Das ist eine berühmte Persönlichkeit, Person der Zeitgeschichte. Sie dürfen das verwenden ohne Probleme. Also, sie dürfen ihn abbilden und auch zeigen. Das hat natürlich auch Grenzen in der Privatsphäre, also, weiß ich nicht, Markus Söder beim Einkaufen oder sowas oder wenn es in die Boulevardrichtung geht oder sowas, dann kann das auch seine Grenzen haben. Alle Menschen haben auch Intimsphäre und Privatsphäre, die geschützt ist. Aber in öffentlichen Situationen, bei öffentlichen Auftritten ist das keine Frage. Da müssen sie nicht fragen bei berühmten Persönlichkeiten. Auch bei zeitgeschichtlichen Ereignissen, da wird es dann schon, ja, da wird es dann etwas flexibler. Es kann ja auch sein, dass eine Person jetzt plötzlich mal irgendwie Teil der Zeitgeschichte wird, ohne davor irgendwie berühmt gewesen zu sein. Auch dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, ja, dass man Fotos verwendet oder wenn sich jemand, ja, wenn sich jemand beispielsweise in der Öffentlichkeit auf irgendeine Art und Weise inszeniert, kunstvoll, keine Ahnung, oder an einem Flashmob teilnimmt oder irgendwas in die Richtung und damit auch so ein bisschen zu erkennen gibt, okay, ich möchte auch fotografiert werden und ich möchte auch abgebildet werden. Je mehr, es kommt also immer auf Geschehen und Situationen an und je mehr Sie von, ja, Zeitgeschichte ausgehen können oder von gewollter Berühmtheit vielleicht auch sozusagen, desto eher können Sie Fotos, die Sie anfertigen, auch dann öffentlich teilen und frei lizenzieren, ohne Fragen zu müssen. Berichtenswerte Ereignisse wie ein Volksfest oder ein frei zugängliches Konzert beispielsweise, da können Sie auch häufig davon ausgehen, dass Sie, wenn das Ereignis im Vordergrund steht, dass Sie die Fotos davon auch verwenden können und Personenbildnisse und dann gibt es noch eine Konstellation, da wird es zugegebenermaßen manchmal ein bisschen schwierig einzustufen, ob man es frei verwenden kann oder nicht, also ob Sie die Personen abbilden können oder nicht, nämlich wenn Personen bei Werke werden von Landschaften oder Bauwerken zum Beispiel, Publikum bei öffentlich zugänglichen Anlagen beispielsweise. So, hier haben wir Beispiele. Augsburg, ja, hier sind Personen abgebildet. Kann man sagen, okay, hier ist so das Stadtbild im Vordergrund und nicht so sehr die Personen, die Personen sind vielleicht gar nicht so sehr erkennbar, es ist, es ist, ja, es ist schon eine Abenddämmerung, würde gehen, ja, zur Abgrenzung, Würzburg, hier sind vielleicht zwei Personen vorne etwas prominenter erkennbar, kann man jetzt darüber diskutieren, Sie werden, Sie kennen das, zwei Juristen, drei Meinungen, Sie werden unterschiedliche Ansagen dazu finden, im Zweifelsfall fragen Sie halt diese beiden Personen, ich habe gerade ein Foto von euch geschossen, hier wunderbar, in diesem, hier, also es ist ein schönes Foto geworden, ich möchte das verwenden für den und den Zweck, darf ich das, ist es okay für euch, dann sagen die Personen vielleicht ja oder nein und wenn Sie ja sagen, dann, ja, dann können Sie sich was unterzeichnen lassen, was ich Ihnen auch gleich zeige, Daniel Kurfranken, auch Personen, die so im Stadtbild zu sehen sind, für mich wäre auch das okay, Sie werden vermutlich aber auch, weiß ich nicht, Datenschutzbeauftragte finden oder sowas, die sagen, nee, ist nicht in Ordnung, da kommt es auch so ein bisschen auf das Fingerspitzengefühl an, auf so ein bisschen Feingefühl, okay, es sind weniger Personen abgebildet, ich möchte die jetzt vielleicht in Zweifel fragen, vielleicht die beiden, dieses Pärchen, was hier vorne zu sehen ist, ansonsten, ne, bei sowas wie hier würde ich sagen, okay, es sind viele Personen, hier ist im Fokus eher das Stadtbild, weniger die einzelnen Personen an sich, da ist eine freie Verwendung jetzt möglich, Sie sehen aber, da wird es durchaus ein bisschen schwieriger, man sollte so ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür haben und sehen, okay, ist das vielleicht ein Platz, an dem ohnehin häufig Fotos geschossen werden und wo die Personen vielleicht auch davon ausgehen können, dass Fotos angefertigt werden, ja, genau, es gibt leider keine feste Zahl, die man als Kriterium nennen kann, feste Zahl an Leuten, sondern es ist eher die, das Geschehen an sich, die Zahl ist ein Kriterium, also wenn Sie jetzt hunderte von Personen irgendwo sehen und das Stadtbild ist das, was im Vordergrund ist, dann ist diese Zahl, diese große Zahl an Personen ein Kriterium, aber eben nur eines, ne, ansonsten kommt es auch auf die, auf die Umgebung an und auf das, ja, auf das, was im Fokus des Bildes steht und das würde ich sagen, ist jetzt dann doch eher weniger die Personen als mehr, was hier sich so in diesem Stadtbild zeigt. Wenn Sie fragen müssen oder wenn Sie fragen wollen, dann gibt es sogenannte Model Releases und die können Sie auch, die können Sie auch, die können hier auch bezogen werden sozusagen beziehungsweise Steffi und Ramine sagt vielleicht gleich noch, wie man die bekommen kann, Model Releases, das ist eine vertragliche Vereinbarung, die besagt oder auch bei der man sich bestätigen lässt, dass Personen abgebildet werden dürfen zu dem Zweck in unserem Fall, dass Fotos frei lizenziert werden und man kann sagen, ja, die Gegenleistung ist so ein bisschen, dass man selbst ein frei lizenziertes schönes Foto bekommt, also das man selber auch verwenden kann, man kann natürlich so ein Model Release auch gegen Geld vereinbaren, das wäre jetzt wahrscheinlich eher untypisch in der Konstellation mit dem, ja, also Situation in der Stadt und ein Pärchen läuft vorbei, dass das bezahlt wird, ja, wenn man jetzt mit professionellen Models arbeitet, wäre natürlich Geld als Bezahlung üblich, aber das ist eben die Möglichkeit, das zu regeln. So, Eigentum ist das nächste, worauf ich auch noch eingehen möchte, wenn Eigentum, ja, auf Fotos zu sehen ist, fremdes Eigentum erstmal ganz allgemein der Grundsatz, aus Eigentum an fremden Sachen oder fremdem Eigentum ergibt sich kein allgemeines Fotografieverbot, ja, sonst dürfen sie ja auch keinen, weiß ich nicht, auf der Straße kein Auto fotografieren oder sowas, was sich auf der Straße befindet, weil das Auto irgendjemandem gehört, das heißt, ganz allgemein gilt kein Fotografieverbot aus Eigentum, keine Einschränkung bei Fotografien auf allgemein zugänglichen Straßen, aus Eigentum an Häusern beispielsweise auch oder Gebäuden oder Skulpturen oder sonst irgendwas. Es gibt aber eine Konstellation, die dann doch wieder wichtig ist und zwar, wenn es um Immobilien geht, die auf Grund und Boden von Eigentümern geschossen werden, also von, nicht von der Straße aus, sondern auf dem Grund und Boden der Eigentümer, dann können Eigentümer tatsächlich verbieten, dass die Fotos, dass davon Fotos gemacht werden und geteilt werden. Auch da gab es schon vor längerer Zeit ein Urteil und daraus würde eben auch folgen, dass wir das Dritte diese Fotos nicht einfach so verwenden können und dann kann man das regeln mit einem sogenannten Property Release, also eine Regelung, die besagt, ich darf Fotos auch von dem Eigentum anfertigen und teilen. Hier als Beispiel, wenn man sagt, okay, hier Grund und Boden, von Grund und Boden aus fotografiert und der Eigentümer sagt, ich möchte nicht, dass Fotos angefertigt werden und geteilt werden, dann müsste man das klären, müsste man mit dem Property Release arbeiten, das heißt, man dürfte dieses Foto nicht ohne weiteres veröffentlichen und unter eine CC-Lizenz stellen und hier zur Abgrenzung, das ist dann auch wieder aus der Checkliste, die ich vorhin angesprochen habe, da würde es gehen, dieses Foto ist von einem öffentlichen Grund aus gemacht und sie müssten hier keine Einwilligung von Eigentümern einholen. So, und jetzt zum Schluss Markenrechte, das können wir ganz kurz abfrühstücken, was ist mit der Konstellation, dass Marken sich auf Fotos befinden, das Beispiel ist, sie haben zum Beispiel ein Foto von, auf dem Sonnenschirme drauf sind, mit einem Logo von, weiß ich nicht, Paulana oder so, was ist denn dann damit, steht dann das der Fotoverwendung entgegen, also erstmal, Marken dienen als Herkunftshinweis und als, wenn man so will, Kommunikation im geschäftlichen Verkehr und wenn Marken nicht als Herkunftshinweis verwendet werden, ist auch die Verwendung von Fotos kein Problem, also die Verwendung von Fotos, die Marken darstellen, ist nicht automatisch eine markenmäßige Benutzung. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Verwendung dieser Fotos dann auch kein Problem ist, weil sie nicht als Marke verwendet werden und die CC-Lizenzen, mit denen sie Fotos frei nutzbar machen, die sagen explizit auch, Markenrecht kümmert uns gar nicht, es geht nur um die Rechte an den Fotos, die CC-Lizenzen schließen die Lizenzierung von Marken aus, das heißt, sie haben mit Markenrechten kein Problem. Bedeutet also, Markenlogos oder Namen auf Fotos sind in der Regel unproblematisch. Auch hier die Beispiele aus der Checkliste, diese beiden Beispiele hier ist eine Biermarke zu sehen, das ist kein Problem, ja, das ist kein Problem, sie verwenden das nicht selbst als Marke, sondern stellen einfach nur dieses Foto dar, kein Problem, ja, und hier noch weniger ein Problem, hier ist nämlich kein Markenlogo zu sehen, da ist es auf der anderen Seite dieses Bierkrugs. So viel also zu Marken. Problem wäre es nur dann bei dem angesprochenen Beispiel mit den Sonnenschirmen, wenn sie jetzt selbst irgendwie ein Produkt bewerben würden und, ja, dann überall dieses Markenlogo zu sehen ist und es vielleicht den Eindruck erweckt, beispielsweise den Eindruck erweckt, okay, die Sonnenschirme mit Paulana-Logo zum Beispiel und sie erwecken den Eindruck, Paulana hätte sie irgendwie gesponsert oder sowas oder würde mit ihnen in Verbindung stehen, dann könnte es ein Problem sein, ansonsten aber nicht immer, der Regel eben nicht. Jetzt möchte ich noch kurz darauf eingehen, was eigentlich, was man eigentlich beachten muss, wenn man selbst, wenn man auf der anderen Seite steht, also man stellt nicht Fotos zur Verfügung als Open Data Fotos, sondern man nutzt Fotos, was muss ich dann beachten? Also erstmal natürlich die Creative Commons Lizenz Bedingungen, allem voran die Namensnennung oder zur Frage, wie komme ich eigentlich an frei lizenzierte Fotos? Erstmal, ich kann natürlich Bilder selber anfertigen, ich kann Fotografen beauftragen und die Musterverträge von ByTM verwenden, damit die Fotos frei lizenziert sind. Ich kann aber auch die Bilderdatenbank von ByTM verwenden, vielleicht macht ihr gleich auch nochmal einen Hinweis drauf, wie man die findet. Ich kann aber auch Wikipedia benutzen, Wikimedia Commons als freie Bilddatenbank, bei der ganz viele Fotos unter freier Lizenz stehen. Ich kann Open Data Bild Plattformen Unsplash beispielsweise verwenden, auf der auch frei lizenzierte Bilder sich finden. Ich kann aber auch, wie vorhin gezeigt, die Google Bildersuche bemühen und sagen, okay, such mir bitte Bilder raus, die Creative Commons lizenziert sind. Dann muss ich eben natürlich immer auch die CC-Lizenzbedingungen beachten, die ich vorhin dargestellt habe, allem voran immer mit dabei die Namensnennung, also ganz oben CC-By, Name und Lizenzhinweis nicht vergessen, den zu übernehmen. So, wie bringt man den Lizenzhinweis an? Möglichst nah am Inhalt ist ganz wichtig. Foto auf einer Webseite zum Beispiel, den Lizenzhinweis als Bildunterschrift zum Beispiel machen, möglichst nah am Inhalt. In einem Buch kann man zum Beispiel im Impressum arbeiten, wo man mit Bildnachweisen dann arbeitet. Ansonsten auch wieder möglichst nah am Inhalt den Lizenzhinweis. Ja, manchmal ist auch das hier zu finden, alle Bilder auf der Webseite oder alle originären Inhalte auf der Webseite stehen unter CC-Lizenz. Das ist jetzt wieder der Fall. Wie finde ich CC-Lizenzierte Inhalte? Wenn Sie das irgendwo sehen, dann können Sie davon ausgehen, solange nicht irgendwas anderes an einem Inhalt in der Webseite steht, steht das eben unter der CC-Lizenz. Und damit schließe ich und freue mich auf die Fragen, möchte aber erstmal noch euch die Möglichkeit geben, Ramin und Steffi, die Termine in der Zukunft anzukündigen. Genau, ganz kurz, Ramin, ich würde noch einschieben, wie man denn jetzt an die angesprochenen Musterverträge kommt. Dazu bitte einfach eine E-Mail an bayerncloud at bayern.info. Ich schicke die E-Mail gleich noch in den Chat und ich teile im Chat gleich auch noch den Link, über den Sie zu dieser Checkliste auch kommen, die Sie sich im Nachgang runterladen können. Genau, jetzt kannst du die nächsten Termine noch ankündigen, Ramin. Vielen Dank, Steffi. Vielen Dank, Fabian, für den guten und super Überblick. Genau, und zwar habe ich auch gesehen, dass wir noch Fragen haben, aber die können wir dann noch am Ende klären mit Blick auf die Uhr. Ich wollte ganz kurz hier die Save the Dates für dieses Jahr noch anteasern und zwar ganz prominent unser Bayerischer Tourismustag am 14.11. und zwei digitale Netzwerktreffen, einmal nachhaltige Destinationsentwicklung und einmal die digitale Destinationsentwicklung und am 28.11. unser Netzwerktreffen Städtetourismus. Ihr könnt euch gerne über den QR-Code auch über unsere Veranstaltungsseite dann anmelden. Ihr bekommt dann im Nachgang auch noch die Aufzeichnung und die Präsentation auch. Genau, da könnt ihr das auch noch mal nachschauen. Dann zur nächsten Folie, bitte. Genau, und auch immer, damit man up-to-date bleibt, vor allem auch die neuen Termine dann für unsere Knowledge Breaks nächstes Jahr. Dieses Jahr haben wir leider keine mehr und da könnt ihr euch auch genau über unseren QR-Code auf unserem Bytm-Hub, unserer Website, auch anmelden und einfach durchstöbern und mal schauen, was für euch interessant ist. und bezüglich unserer Bild-Datenbank, ich habe vorhin also in der Vorbereitung gesehen, dass sich leider noch nicht so viele von den Anmeldungen für unseren Bild-Archiv angemeldet haben. Deswegen könnt ihr euch gerne über den QR-Code oder auch über die Website bilder.bayern ganz normal registrieren und wenn da Rückfragen sind bezüglich der Registrierung oder weiteren Sachen des Bild-Archivs, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Meine E-Mail-Adresse habt ihr auch dann im Nachgang durch die Follow-Up-E-Mail und dann können wir auch gerne schon zu den Fragen kommen. Ich habe gesehen, dass wir insgesamt acht offene Fragen noch haben. Fabian, kannst du die auch sehen? Sind die im Chat? Die sind unter F&A unten, genau beim Button. Kleinen Moment. Ah ja, okay. Okay. Okay, da gehe ich einfach mal von oben bis unten durch. Ja, gerne. Was ist, wenn das Bild vom Privatgrund aufgenommen wurde, der aber frei zugänglich ist? Zum Beispiel im Wald. Genau, wenn es jetzt nicht ein Privat-Waldstück ist, dann geht das. Ja, es ist wirklich auf Grund und Boden. Das Foto ist auf Grund und Boden geschossen und der Eigentümer hat was dagegen. Dann müsste man es klären. Das würde aber hier wiederum gehen. Da nächste Frage. Ich habe mal gehört, bei Fotos mit Personen von berichtenswerten Ereignissen, wie beispielsweise einem Volksfest, sollte man das Foto aber nur eine gewisse Dauer verwenden, vielleicht zwei bis drei Jahre und nicht fünf Jahre. Stimmt das? Naja, also ja, das ist, ich kenne den Gedanken, allerdings, das steht so ein bisschen dem Open-Data-Gedanken entgegen, denn da geht es ja gerade darum, dass man Fotos auch dauerhaft frei verfügbar macht und frei nutzbar macht. Es gibt jetzt nichts, was irgendwie im Gesetz steht, was das genau wirklich so sagt. Also, ich würde, ja, ich würde sagen, Sie müssen jetzt nicht mit dieser Einschränkung arbeiten. Sie müssen nicht mit dieser Einschränkung arbeiten. Wie gesagt, machen Sie es abhängig vom Kontext der Veranstaltung, vom Geschehen ist, wenn Ihnen irgendwie was als Anhaltspunkt sagt, das ist vielleicht hier doch nicht so öffentlich oder es ist, hat irgendeine Art von Einschränkung oder die Leute wollen das vielleicht nicht oder sowas, ja, dann könnte man das argumentieren, aber dass Sie jetzt von, weiß ich nicht, irgendeinem Oktoberfest oder sowas, das jetzt ganz, ganz viele Leute zeigt und das Ereignis an sich zeigt, nämlich das Oktoberfest und das Geschehen an sich, dass man dieses Foto in zwei Jahren und dann nicht mehr frei verwenden können soll, lässt sich so aus dem Gesetz nicht unmittelbar schließen und steht auch dem Open-Data-Gedanken entgegen, der ja gerade besagt, okay, Fotos sollen immer frei verwendet werden können oder für immer sozusagen. Dann muss man bei Veranstaltungen festen Plakate aufhängen mit der Info, dass fotografiert wird und die Fotos genutzt werden. Das hängt davon an, Veranstaltungen, genau, ich bin jetzt zum Beispiel gerade in Stuttgart, gehe gleich auf die Konferenz, Zugang gestalten, übrigens interessant, wer sich interessiert, Museumskontext für kulturelles Erbe und sowas, empfehle ich jetzt gleich die Vorträge von Zugang gestalten, sich anzuschauen, kann man auf YouTube angucken. Genau, und auf dieser Konferenz werden auch natürlich immer Fotos gemacht und auch die Fotos dann veröffentlicht von dem Publikum, das da ist und da ist es so, dass ich glaube, in der Veranstaltung ist es so, dass das von vornherein bei der Anmeldung klar und kenntlich gemacht wird. Hier werden Fotos gemacht und die werden auch veröffentlicht und ja, man kann unterschiedliche Vorgehensweisen wählen, einerseits das, man macht es vor der Veranstaltung schon klar oder wenn das nicht möglich ist, weil das eine Veranstaltung ist, auf die man einfach so spontan kommen kann, kann man mit sowas arbeiten, also kann man irgendwo einen Hinweis setzen, wir schießen Fotos und wir verwenden die Fotos dann auch und wer etwas dagegen hat, der kann sich an und dann irgendeine E-Mail-Adresse beispielsweise wenden. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und dann müssen sie sich halt angucken, wenn jemand da Widerspruch einlegt sozusagen, ob sie dem nachkommen müssen oder nicht. Wichtig ist die Transparenz, wenn von vornherein eben für alle klar ist, okay, hier wird fotografiert und Fotos werden dann auch veröffentlicht. Wie ist es bei Kindern in Badekleidung Kleidung auf einer Play Fountain in der Stadt? Ja, okay, guter Punkt. Kinder, Minderjährige sind natürlich auch was Fotos angeht nochmal besonders also schutzbedürftig. Das wäre jetzt, wenn sie mit diesen Kriterien arbeiten, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, öffentliches Straßenbild vielleicht und wenn sie dann Kinder in Badekleidung haben, ja, hätte ich vielleicht auch eher Probleme. Würde sagen, das ist, ja, also da könnten sie auf jeden Fall die Einschränkungen machen und sagen, okay, dieses Bild verwende ich nicht oder ich frage die Eltern, ist vielleicht auch ein bisschen komisch, ja, genau, also da ist es, da ist Sensibilität gefragt und auch, ja, würde ich sagen, wäre es auch, müsste man im Zweifel auf jeden Fall fragen, gerade wenn jetzt auch, ne, also vor allem, wenn diese Kinder dann auch im Fokus stehen, würde ich das auch nicht machen. Da würde ich dann auch diese Einschränkung machen, dieses Foto dann nicht zu veröffentlichen. Gleichzeitig, es gibt natürlich auch immer, gerade auch im historischen Kontext, Fotos, auch mit Kindern, Sie kennen alle vermutlich auch dieses Bild, mit diesem schreienden Mädchen aus dem Vietnamkrieg, das gerade wegrennt, ne, das sind natürlich auch so Fotos, die jetzt im historischen Kontext dann entstehen und die natürlich absolut ikonisch sind und auch ein wichtiges Geschehen, also ein Geschehen darstellen, das ist jetzt bei der Kinder, bei den Kindern auf der Playfront eher nicht der Fall. Was möglich wäre, ist, sie haben diese Kinder dann so dargestellt, dass die beispielsweise so geblurrt sind, also dass die nur im Hintergrund irgendwie mit Tiefenunschärfe zu sehen sind und etwas anderes im Vordergrund steht, sowas wäre beispielsweise denkbar, ansonsten würde ich hier auch eine Einschränkung machen. Wenn nun Personen, die nächste Frage, wenn nun Personen, die als Beiwerk ohne Modelrelease fotografiert werden, auf ihrem Recht auf Löschung beharren und die Bilder bereits im CC-Umlauf sind, wäre es nun in der Haftung. Ja, das ist natürlich ein gewisses Problem und das ist natürlich auch ein gewisses Risiko und ein Problem, das ich jetzt hier leider auch nicht ausräumen kann. Das ist immer möglich, das kann natürlich immer sein. Wie gesagt, wenn sie mit diesen rechtlichen Kriterien, Art des Geschehens und wirklich Beiwerk-Konstellationen und sowas, wenn sie mit denen gut umgehen, souverän umgehen und auch ein gewisses Finger-Spitzen-Gefühl haben, dann, und wenn das wirklich berechtigt ist mit der Beiwerks-Konstellation, also Personen als Beiwerk, dann können diese Personen möglicherweise das Recht auf Löschung geltend machen, aber es gibt hier noch keine Rechtsprechung dazu oder ein Gerichtsurteil, dass das so klar bestätigt hat, aber meiner Ansicht nach haften sie dann da nicht besonders, weil das CC-Fotos sind, die bereits im Umlauf sind. CC-Fotos sind was ganz Übliches, was ganz häufig eingesetzt ist, wenn sie wirklich Personen als Beiwerk fotografieren, die auf dem Bild drauf sind, dann müssen diese Personen an Einzelne herantreten, die diese Fotos halt nutzen und sagen, okay, ich möchte das nicht, wenn das diese Beiwerks-Konstellation ist. Meines Erachtens entsteht hierdurch keine besondere Haftung. Ganz fest gerichtlich geklärt ist das noch nicht. Ich würde aber sagen, das geht übrigens kein Unterschied auch zu, wenn sie Fotos lizenzieren, also nicht CC-Lizenzieren, also nicht Open-Data-Fotos, sondern Fotos unter eine kommerzielle Lizenz beispielsweise stellen, würde sich die Problematik ja mehr oder weniger genauso stellen. Also wenn dann ganz viele Leute eine kommerzielle Fotolizenz eingekauft haben und hunderte von Leuten diese Fotos schon verwenden, sind die ja auch schon im Umlauf. Aber natürlich ist das eine berechtigte und gute Frage. Ansonsten würde ich auch hier sagen, das sollte jetzt nicht die Schere im Kopf sein, die dann dazu führt, dass man keine Personen-Fotos mehr CC-Lizenziert. Okay, wie verhält es sich bei traditionellen Veranstaltungen? Gilt beispielsweise das Aufstellen eines Maibaums durch einen örtlichen Verein als Ereignis der Zeitgeschichte oder ein Faschungsumzug? Ja, würde ich sagen, schon. Ich finde es auch sonst irgendwie unfair sozusagen, oder irgendwie nicht okay, wenn nur Veranstaltungen von, weiß ich nicht, überregionalem Interesse auch veröffentlicht, also Veranstaltungen der Zeitgeschichte sind oder eben Veranstaltungen, die irgendwie berichtenswert sind. Also würde ich mit Ja beantworten. Bei uns gibt es immer wieder eine Diskussion über Persönlichkeitsrechte bei Tieren. Dürfen beispielsweise Tiere, okay, das bringt mich zum Schmunzeln, weil genau Tiere sind ja keine Menschen. also Tiere sind absolut, also Tierschutz finde ich super, aber Menschen sind sie nicht und sie haben auch keine Persönlichkeitsrechte. Aber okay, sie meinen natürlich so eine Art Persönlichkeitsrecht. Dürfen beispielsweise Kühe inklusive ihrer Ohrmarke fotografiert werden oder muss dies unkenntlich gemacht werden? Gelten Tiere als Eigentum? Ja, Tiere gelten als Eigentum, das tatsächlich. Tiere sind eigentumsfähig, also eine Kuh kann unter Eigentum von einem Bauer stehen. Auch hier, vorhin habe ich es ja im Vortrag gesagt, es gibt keine allgemeine Einschränkung aus dem Eigentum an einer Sache. Ich würde sagen, wenn Sie eine Kuh fotografieren, die irgendwo auf einer Weide steht und die sind auf einem öffentlichen Weg und fotografieren diese Kuh mit einer Ohrmarke, ist kein Problem. Dass das jemanden stört, also ja, kann natürlich mal sein. Meines Erachtens ist das aber trotzdem okay, dann dieses Foto zu verwenden. Eben aus dem vorhin geschilderten Grundsatz kein Fotografieverbot aus Eigentumsrecht, kein allgemeines. Nächste Frage, reicht es also nicht, bei den Namen des Urhebers zu nennen, muss auch das Icon dazu angebracht werden? Ja, ganz wichtig. Also der Lizenzhinweis muss erfolgen. Oder vielleicht zur Präzisierung, es muss auf jeden Fall dastehen, CC lizenziert. Also beispielsweise Foto, Steffi, ich habe dich vorhin als Fotografin im Beispiel herangezogen. Okay, Foto, Stephanie Schuster, Komma, CC by, CC by 4.0 beispielsweise. Das sehen Sie dann aber in dem Lizenzhinweis, den müssen Sie dann einfach übernehmen. Das Icon muss es nicht unbedingt sein, aber es muss eben dastehen, CC by und der Link beispielsweise auf den Inhalt, den müssen Sie dann auch mit übernehmen. Können Sie aber einfach unterlegen auf den Namen des Fotos. Ist ein Bildzuschnitt auch schon eine Bearbeitung? Ja, in der Regel schon. Also wenn Sie jetzt ein Bild wirklich droppen und verkleinern und dann wesentliche Teile des Bildes irgendwie nicht mehr da sind, das Bild dadurch verändert wird, würde ich sagen, ist in der Regel eine Bearbeitung, ja. Darf ich von einem eigenen CC by lizenzierten Bild selbst später auch noch eine Postkarte machen? Von einem, ja, dürfen Sie, dürfen Sie. Genau. Sie haben ja, genau, Sie haben weiterhin alle Nutzungsrechte und Sie sagen zwar der Allgemeinheit, die dürfen das Bild frei verwenden, aber Sie selbst dürfen das weiterhin natürlich auch tun, kein Problem. Muss man in Printmedien im Impressum beziehungsweise Bildnachweis, nächste Frage jetzt, den Fotografen immer mit der Seitenzahl angeben, auf dem das Foto zu sehen ist. Wenn Sie jetzt also die Bildnachweise in einem Buch an der zentralen Stelle machen, ja, müssen Sie auch dann kenntlich machen, wo das Bild zu finden war, würde ich sagen, schon, wenn ich jetzt die Frage richtig verstehe. Also Sie müssen, ja, Sie müssen so gut wie möglich, dass das zuordnenbar ist, auf jeden Fall. Das muss ja gewährleistet sein. Dann eine Frage zum Markenrecht anhand eines Beispiels, Nahaufnahme Mountainbike mit erkennbarer Marke, okay, angenommen, das Bild wird durch einen Tourismusverband in CC im Umlauf gebracht und zum Beispiel durch Konkurrenzfirma des Radherstellers missbräuchlich verwendet, zum Beispiel Markenzeichen umretuschiert, was ja durch Open Data Recht auf Änderungen erstmal soweit machbar ist, wer haftet? Also die Frage, wer haftet, da würde ich erstmal die Vorfrage stellen, ist das überhaupt ein Problem? Das Mountainbike, Foto von dem Mountainbike und da wird die Marke jetzt wegretuschiert von einem Konkurrenz Radhersteller. Das ist urheberrechtlich kein Problem. Also genau, wer haftet? Auf jeden Fall nicht der Tourismusverband, der das CC-Foto gemacht hat. Ja, denn da haben wir gesagt, kein Problem, Markennamen auf Fotos, solange das keine markenmäßige Verwendung ist. Es kann jetzt sein, dass diese Konkurrenzfirma, das ist dann aber mehr Wettbewerbsrecht. Also es gibt Gesetze, die sich mit fairem Wettbewerb aufeinandersetzen, allem voran das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Das kann da möglicherweise ein Problem sein. Da gibt es Vorschriften zu vergleichender Werbung und sowas, da kann das möglicherweise ein Problem sein. Jedenfalls aber nicht dieses Foto an sich und der Tourismusverband, der dieses Foto im Umlauf gebracht hat, kein Problem, kein Problem. Der Konkurrenz, die Konkurrenz Radherstellerfirma, die muss natürlich die Vorschriften zum unlauteren Wettbewerb beachten. Das ist aber kein Fotoproblem. Insofern würde ich sagen, also alles, was im Vorfeld passiert mit diesem Foto durch den Tourismusverband, kein Problem. Haften würde dann nur der Radhersteller selbst, dieser Konkurrenzfirma, die irgendwie unlauter Werbung macht. Sofern das Überheberhaupt der Fall ist, wäre ich mir jetzt auch noch nicht mal so unbedingt sicher. Nächste Frage, wer haftet bei eventuellen Klagen der abgebildeten Personen, der Urheber, der die Bilder mit CC-Lizenz verbreitet. Ah ne, der Urheber oder der, oder der, der die Bilder mit CC-Lizenz verbreitet. Auch hier mal die Frage, was heißt haften? Also ich kann, wenn ich sage, okay, ich bin irgendwie abgebildet und ich musste nicht davon ausgehen und es ist auch keine Beiwerkskonstellation, kann ich im Grunde erstmal an alle herantreten, die dieses Foto verwenden und sagen, löscht das bitte. Ja, es wird auch, genau, es gibt in den CC-Lizenzen eine Regelung, es wird jetzt leider ein bisschen, da wird es leider jetzt etwas komplizierter, es gibt in den CC-Lizenzen eine Regelung, die sagt, ich übernehme keine Haftung, also ich, der ein Foto unter CC-Lizenz zur Verfügung stellt, übernehme keine Haftung für irgendwie Fehler oder sowas. Tatsächlich ist es dann so, dass, ja, also der ursprüngliche CC-Lizenzgeber haftet nur dann gegenüber einem späteren Fotoverwender beispielsweise, weil der gegenüber einer Person auf dem Foto gehaftet hat, nur dann, wenn ihm wirklich auch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist. Okay, Sie sehen, es wird hier kompliziert oder schnell kompliziert, aber der Grundsatz wieder, solange Sie von dieser Beiwerkskonstellation ausgehen können und sagen können, okay, das ist eine berechtigte Personenabbildung, bitte keine Schere im Kopf haben, dann ist das auch kein Problem. Möglicherweise müssen Sie dann dem Widerspruch nachkommen und jemandem, der Löschung verlangt, aber ansonsten würde ich sagen, ist das, wenn man hier ordentlich gearbeitet hat und mit Fingerspitzengefühl gearbeitet hat, kein Problem. Nächste Frage, wie hält, jetzt haben wir schon fünf nach, ich weiß nicht, kann die Fragen gerne durchgehen kurz? Wir können die noch ganz kurz durchgehen, aber ja, spätestens, also ich weiß nicht, wie es zeitlich bei dir passt, aber ich würde um sieben nach, acht nach, dass wir das spätestens beenden, weil mit Blick auf die Uhr, genau. Alles klar, dann versuche ich es sehr schnell zu sein, wie muss ich ein Kennzeichen von Autos retuschieren? Startbild bei Autos, insbesondere wenn es CC, wenn man es CC lizenzieren will, ja, würde ich empfehlen, das ist personenbezogenes Datum, ja, wenn die, wenn es prominent sichtbar ist, dieses Autokennzeichen, würde ich es weg retuschieren, ja, würde ich machen. Darf ich Bilder aus Büchern in einer Ausstellung verwenden, wenn ich das Buch als Quelle angebe? Bilder aus Büchern, naja, also sie dürfen natürlich ein gekauftes, ja, also ein gekauftes Buch irgendwo auslegen oder sowas, aber sie dürfen, genau, wenn es um eine Ausstellung geht, ist das problematisch, gerade wenn sie dabei digitale Kopien oder sowas anfertigen, müssen sie die Rechte klären, ist ein Modell in einem Museum ein künstlerisches Werk durch Ankauf im Eigentum des Museums Figurine, Figurine in einem Museum, ja, genau, also die Voraussetzung, dass es etwas künstlerisches Werk ist, ist sehr gering, da ist man sehr schnell drin im Urheberrechtsschutz, also alles, was irgendwie Originalität erkennen lässt, auch schon einfache Skulpturen oder sowas, fallen unter den Schutz des Urheberrechts und dann muss man auch eine Verwendung von diesen Kunstwerken, sofern man sie unter den vorhin geschilderten Voraussetzungen klären muss, müsste man sie eben klären, außer man hat die Nutzungsrechte, ja, wenn man im Eigentum, okay, wenn man selber Eigentümer ist, gehen gewisse Rechte zur Ausstellung, gehen dann auch mit über, allerdings nicht alle Nutzungsrechte, die müsste man dann möglicherweise klären, also digitale Verwendung oder sowas. So, nächste Nutzer, wir hatten gerade die Frage mit Ohrmarken der Kühe, gilt das gleiche für Autokennzeichen, also, dass die Ohrmarken der Kühe personenbezogene Daten sind, muss das aus datenschutzrechtlichen Gründen geblurrt werden, Ohrmarken von Kühen, boah, nee, also würde ich sagen, nicht, was steht denn da drin, ich weiß jetzt nicht, was da drin steht, aber, also wenn da der Kuh, haben die da Nummern oder sowas, nee, würde ich sagen, ist kein Problem, wenn sie denken, es ist ein Problem und sie möchten dieses Foto verwenden, dann blören sie es halt, ja, so und dann am Ende, vielen Dank, war interessant, ich muss mich leider verabschieden, ja, perfekt, alles klar, okay, dann bedanke ich mich auch, 10.07 Uhr, wir haben es geschafft. Vielen herzlichen Dank, Fabian, vielen, vielen herzlichen Dank, ich hoffe, es war sehr aufschlussreich, auch für die Teilnehmenden, ich fand es mega, mega spannend und genau, ich würde im Nachgang noch eine Follow-up-E-Mail schicken, da bekommt ihr dann auch nochmal die Aufzeichnung und wenn wir jetzt das Webinar beenden, ploppt dann auch eine Umfrage auf, wir würden uns gerne freuen, wenn ihr die beantworten könntet und wir freuen uns auf den nächsten Knowledge Break beziehungsweise wir sehen uns sicher auch auf anderen Events oder Partnertermin und wünsche Ihnen schon mal einen schönen Tag und bis bald, vielen Dank. Danke von mir auch. Danke und viel Erfolg noch auf der Konferenz heute. Dankeschön. Soll ich noch drinbleiben oder sind wir einfach dann per Mail in Kontakt? Wir können gerne per Mail in Kontakt, dann kannst du auf die Konferenz. Alles klar, okay, super, dann schönen Tag euch. Danke. Ciao, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.